Seht ihr einen Vietnamesen? Mit Sprengstoffgürtel. Das würde ihn keiner aufhalten. Ihr würdet das in Köln sehen und würdet euch denken, so, Karnowal war doch gestern. Also, das würde ihn keiner aufhalten. Das heißt, er müsste lautstark auf sich die Aufmerksamkeit ziehen. Hallo! Ne, ich mach bumm! Ne, ich mach bumm! Genau, das würde vor Ort passieren, meine Damen und Herren. Keiner würde ihn aufhalten. Ich sagte schon mal vor, er macht das in Berlin. Mario weiß, wovon ich spreche. Das allerhöchste der Gefühle wäre so ein Berliner Sicherheitsmitarbeiter. Ja, genau, Kleiner, mach mal bumm! Mach mal bumm, Kleiner! Dieter Kick war hier in China, weil er mach mal bumm! Ja, nicht mehr, nicht weniger! Nicht mehr, nicht weniger! Der Arme!